Hallo liebe Final Fantasy Freunde, willkommen zu einer neuen weiteren Folge Final Fantasy, dann werden wir mal weiter queschen. So, was kriegt man hier denn schönes? Schöne Rüstungs-Talienz. Wir machen immer ein paar Nebenquests und keine Hauptquests. So, dann sehen wir mal, wo müssen wir da denn jetzt hin? Müssen wir da nach hinten, okay. Kriegen wir hin? Eine harte Nuss, eine harte Nuss. Gefällt mir die Landschaft, wunderschön die Landschaft in Final Fantasy, sie einfach gestaltet. So, dann müssen wir jetzt hin nach oben, oder? Glaube ich, ja. Geh dann. Ja, also immer gleich schon. Wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt müssen wir das ablicken, oh, jetzt müssen wir es raus aus der Stadt, in den Nordwald. Ein Baumhörnchen. Wee! Da war ein Zweck. Marienkäfer. Oh, danke. Oh. Oh, verdammet. Sicher habe ich den Metallbeschlag. Mein Finderlohn, na, Intelligenz braucht man nicht, man nimmt einfach Stärke, auch wenn wir das auch nicht so brauchen, aber ja. Du. Du. So. Ach, vielleicht hat man grad eine Mission. Schauen wir mal, was der von uns will. Schattenmäbel. Ah, ja. Du. Du. Schattenmäbeln besiegen. Oh, yeah. Wo sind denn die? Ah, okay. So, dann gehen wir mal ein bisschen kämpfen, das erste Mal. Oh, ein Riesenbaum. Genau. Wie soll ich Schattenmäbeln besiegen mit meinem Level? Geht's noch? Oh, okay. Easy, easy, easy. Jetzt wäre schon mal... weiter geht's. Keine Chance, die Schattenmelde. Oh, was haben wir hier? Oh, der ausgeteilte Schaden wird um 15% erhöht. Das ist nice. Das ist gut. Du hast die Schattenmelde zurück in den Schatten gejagt. Ja, natürlich, alles kein Problem. Immer weg mit dem Möben. So, was hatten wir denn noch? Ach, das sei auf der Hut. Kleine Insektenengestrücke. Mhm. Ölläuse. Ah, ja. Auf geht's. Ähm. Guck mal, was finden wir denn in den Büchern irgendwo? Oh, du bist und man die töten. Ja. Okay. Oh, ja. Okay. Habe sie nichts gemacht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir müssen noch Dinger suchen, okay, aber jetzt ist noch nichts gesehen. Digga, wir suchen mal weiter. Digga, wir suchen mal weiter. Weit und breit, eine bisschen. Ja, das nicht. Wird nicht angezeigt auf der Karte auch, wo die sind. Du, 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 du. Stell dich denn. Hm, machen wir mal kurz das nebenher. Guck mal, vielleicht dachte ich nicht töten muss. Hm, wo sind die komischen Läusen? Ja. 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 Hm,준, na, hälfte Wasnel? Ja. Das ist maximal gut aufgekommen. Ah, hier, ne, das ist ein Schattenmebel, das will ich ja nicht. Das sieht nur so aus, als ein Gebüsch war. Da steht aber auch was mit dem Marie und Kegel, kann ich nicht sagen. Hm. Nichts, nichts, nichts. Wo kann das sein? Okay. Hmm. Wie bin ich in die Geschichte? Sieht nicht aus. Sieht nicht aus. doch nur die büsche sind noch nirgends andere da geht's wieder in die stadt das wollen wir nicht um sich in tiefen wald guck mal laufen wir mal richtung tiefer wald hmm bischen des waldes er hat schön wir wissen welcher wald wir laufen es einfach mal weiter in tiefen wald runter komme ich aber gar nicht hin oder was das ist Ne, hier kann es nicht mehr sein, das kann nicht sein, ne, 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 das kann nicht sein. Es scheint hier irgendwo. Ja, das stimmt. Hm, gute Frage, wo die sind. Die Marienküse geben? Wo sind die nur? Kann ja nicht sein. Mal gucken, da muss noch irgendwo was stehen. Da steht aber nichts. Nur der Questgeber. Da steht aber nichts. Da steht aber nichts. Da steht aber nichts. Hmm. Hmm. Mal nochmal. Ist ja irgendwas mit den Marienkirchen doch auf sich haben, kann ja nicht sein. Hmm. Mal der Schließer dran, die Marienkirche bevorzugen des Essens. Irgendwie. Nochmal. Irgendwas muss ich das doch auf sich haben. Hmm. Okay. Hmm. direkt vorm Busch ne, kommt auch nicht was hat das nur auf sich? das ist ein bisschen schlecht beschrieben leider muss ich da rumrätigen wie das funktioniert mal direkt vorm Busch oder echte Marienpincher finden ist das was? mhm, da Suchenaufstieg naja meine lieben Freunde ich mache jetzt hier an der Stelle erstmal wieder Schluss mit der Final Fantasy Folge wenn euch das Video gefallen hat dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen wenn euch mein Content allgemein gefällt dann würde ich mich über ein Abo sehr sehr freuen bis dann haut rein